Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoCraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Vorstellung eurer Einsendung. Heute Folge 139 von der Dilla eingesendet, das Luxushotel Red. Leider ohne Beschreibung. Ich habe gesehen, dass ich im Formular eingestellt habe, dass man eine Beschreibung nicht angeben muss. Das ist aber falsch. Eigentlich sollte man schon eine Beschreibung angeben. Deshalb habe ich das jetzt geändert. Es kann also noch ein paar Einsendungen geben, die keine Beschreibung haben. Aber ich glaube, allein durch den Titel, das Luxushotel Red, erklärt sich, glaube ich, schon, und ich habe es gerade schon ein bisschen gespoilert, was das hier wahrscheinlich ist. Und es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Aber Leute, immer wenn ihr euch einen Effekt gibt. Ihr seht ja diese Partikel um mich herum. Macht folgendes. Effekt, GIF, dann euren Spielernamen, dann den Effekt, Night Vision, dann die Sekunden. Amplifier macht auf 250, das ist das Maximum. Passt mit dem Amplifier auf bei Effekten wie Speed oder so kann dieser Amplifier auch mächtig in die Hose gehen und dafür sorgen, euch so schnell zu machen, dass ihr nur einmal kurz weh drückt und ihr seid am anderen Ende eurer Welt und euer Minecraft stürzt ab. Und dann gebt am Ende True ein. Das sorgt dafür, dass quasi diese Partikel um euch herum, dass ihr einen Effekt habt, verschwinden. Und somit werdet ihr davon nicht gestört. So, es gibt eine ganz, 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 ganz lange Straße und die Neugier packt mich natürlich zu gucken, wie A, lang die Straße und B, wohin diese Straße führt. Alter, der hat sich echt die Mühe gemacht. Ich will das jetzt wissen. Wann, wer, wer, wer von uns, ich will das jetzt wissen, wer von uns als erstes aufgibt. Gebe ich auf oder gebe die Straße auf? Ich weiß nicht, jetzt wird gleich der Punkt geben, an dem ich mich umdrehen werde. Wer von uns beiden gibt zuerst auf? Die Straße oder ich? Das ist ein unerbrochener Kampf durch die Road. Okay, ich gebe auf. Verdammt nochmal, die Straße hat gewonnen. Mist! Was ist das für eine Riesenstraße, bitteschön? Das ist ja unmöglich, ehrlich. Geht ja gar nicht. Also, ich frage mich echt, wie er diese Straße generiert hat. Also, wenn du die per Hand gebaut hast, ja. Ach, heftig. Okay. Also, eine Straße aus dem Nirgendwo. Ähm, zum Öffnen einfach Zimmerkarte droppen. Alles klar, gucke ich mir gleich mal an. Das ist also Parkplatz, aber man braucht erst ein Zimmer. Das ist irgendwie, diese Sachen sind nicht miteinander verbunden. Das muss ich mal gerade hier leider ein bisschen bemeckern. Ähm, das hätte ich schön gefunden, wenn diese Sachen miteinander verbunden wären. Aber, gehen wir mal hier hin. Das sieht immer offiziell nach dem Spawn aus. Hier gibt es nochmal weitere. Äh, sweet. Sweet. Also, süß eins. Ähm. Äh, aber gut. Mein Schweißzimmer. Es wurde von euch ja auch gefragt. Ich weiß nicht, ob es jetzt überhaupt einen von euch gibt, der dieses Easter Egg versteht. Oder diesen, diese Anspielung versteht. Aber, ja, natürlich wird es auch in meiner jetzigen Redstone World weitere Schweißzimmer geben. Vielleicht erinnert euch. Und ich werde wahrscheinlich auch absichtlich diese Zimmer Schweiß 1, Schweiß 2 und Schweiß 3 benennen. So. Äh, was haben wir denn hier noch Schönes? Wir haben hier dafür die Welt frei nutzen. Oh mein Gott. Niemals Bücher da reinpacken. Da muss man immer in Game of Survival gehen, um die zu bekommen. Äh, aha. Äh, was? Intelligentes Wassersystem. Jetzt bin ich, ich bin gespannt. Er hat ein intelligentes Wassersystem. Also, entweder das ist quasi eine Kopie meines CIMS oder das ist eine bessere Version meines CIMS. Und ich bin richtig gespannt, das gleich herauszufinden. Äh, das habe ich doch schon. Ach gut, okay. Bla. Ich gucke mir jetzt einfach mal das alles an. Also, das ist wohl der... Oh. Nee. Nee. Nein. 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 Das, das, das... Oh Leute. Nein. Tut das nicht. Tut das nicht. Was soll das? Wie konntet ihr nur? Wie könnt ihr nur? Wie? Sag mal, was, was, sag mal, was läuft falsch bei euch eigentlich? Sag mal, was ist... Was ist denn, ist es denn, ist es denn wirklich, ist es denn, ach Leute, Mensch, ehrlich, ist es denn wirklich zu viel verlangt? Nee, ehrlich, ist es denn, ist es denn zu viel verlangt, Leute? Ist es denn zu viel verlangt, einfach mal hier vorsichtig das so hochzubauen und hier eine Tür hinzumachen? Und dann die anderen Türen so zu machen und dann vielleicht, keine Ahnung, so zu machen und dann die Tür hier hin. Ja, jetzt habe ich die Technik selbst kaputt gemacht. Mann, aber... Ja, ich habe die kaputt gemacht, weil ich hier... Nein, da darf kein Ströpfchen sein, da muss das so sein. Naja, wuscht. Ähm, aber ganz ehrlich, das geht gar nicht, ehrlich, das ist... Also, ich bin, ich bin ein Symmetrie-Fanatiker ohne Ende, ne? Also, Symmetrie ist für mich, ist für mich wichtigste. Ah, ah, jetzt kriege ich das mal hin. Okay, also Symmetrie ist für mich das wichtigste auf Erden. Ähm, aber das triggert mich übelst, Leute, ehrlich, gut. Aber dieses Glas da, das hat mich... Also, dann hättest du lieber die Wand hier hochstrecken sollen. Ah, also ich... Ihr seht allein an der Redstone World, wie wichtig mir Symmetrie ist. Und, ähm, noch eine kleine Kritikpunkte. Das ist hübsch. Aber macht das nicht. Macht das bitte nicht, Leute. Macht das nicht. Ihr habt ein Luxushotel. Das ist ein Luxushotel. Luxushotel bedeutet Fahrstühle. Nicht klettern. Das ist ein Luxushotel. Überlegt das mal. Das ist ein Meter. Das ist quasi... Stellt euch eine Mauer vor, die ungefähr so hoch ist, die euch bis... Schaut euch das an. Dann haben wir eine Mauer, die, wenn ihr... Ja gut, jetzt... Ich bin ja ein erwachsener Mann. Von euch, sagen wir von euch, bis zu den Rippen hoch geht. Da müsst ihr euch hochhiefen. Äh! Uff! Uff! Ha! 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 Kommt hier oben an und... Äh, ja, also, ne? Also, das ist sehr anstrengend. So. Mhm. Also, Goldbarren. Man braucht einen Goldbarren, ein Goldingot in diesem Fall. Das wirft man hier ein. Oh Gott, ich muss niesen. Einen Moment mal bitte. Gesundheit. So. Also. Sehr schön. Frisch gekocht. Frisch gekochtes Wasser. Finde ich gut. Ah, frisch gekocht. Hab nichts gesagt. Okay, The Joycraft. Halt mal deine Klappe und lies die Sachen, bevor du dich über Sachen lustig machst. Kaffee wird gekocht. Nein. Stopp. Nein. Halt, stopp. Halt, stopp. Stopp, stopp, stopp. Kaffee wird nicht gekocht. Kaffee wird gebraut oder gebrüht. Oder gepresst. Es gibt viele verschiedenen Varianten. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Möglichkeit, ein Zimmer zu kaufen. Eine Sweet. Ein Zimmer. Vorhin war es noch Sweet. Jetzt ist es Sweet. Sweet. Jetzt ist es Sweet. Äh, 2 Minutes Sweet. Das ist das dämlichste Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Warum? Warum? Warum kosten die gleich viel? Okay. Schatz, ich habe 2 Emeralds. Was für ein Zimmer möchtest du? Die Sweet? Die Luxus-Super-Klasse-Sweet. Die kostet nur 2 Emeralds. Oder ein Zimmer? Das kostet nur 2 Emeralds. Ach, nicht die Sweet. Die ist so teuer. 2 Emeralds ist mir zu viel. Nimm lieber die 2 Emeralds für ein Zimmer. Ist viel günstiger. Ja, hast recht, Schatz. Dann hole ich mir ein Zimmer. Gut. Okay. Ja, Sweet wäre uns viel zu teuer gewesen. Hätten wir uns auch leider nicht leisten können. Mensch, immer hier diese Unterschichtsgesellschaft. Wäre doch auch mal schön, wenn wir uns auch das mal leisten könnten, was sich die reichen Snops leisten. Aber nein. Nein. In diesem Land, in diesem Leben ist alles so schweineteuer. Es ist so schade. Ach so. Bitte zwischen den Emeralds 1,5 Sekunden warten. Und wie kriege ich das hin, exakt 1,5 Sekunden zwischen den Emeralds zu warten? 1,5. Das war nicht 1,5 Sekunden. Das war bestimmt 1,4739. Kann das jemand doch nicht mal ausrechnen, wie lange ich gerade gewartet habe. Wenn das Stopp wurde oder so. Und mal die exakte Zeit, wie lange ich gerade gebraucht habe, zwischen dem Reinlegen der Emeralds da reinzutun. Lampen, wenn auswählbar. Sind die Lampen aus, wenn auswählbar oder an, wenn auswählbar? Ich fühle mich gerade, wie als ich vor längerer Zeit beim Urlaub war, da war ich an einer Tankstelle in den Niederlanden und musste das Auto meiner Mutter betanken. Das habe ich ja gesagt, biete ich an an. Ich tanke das. Und ich hatte da so einen kleinen Kampf mit dieser Tankstelle. Weil das war so eine Kreditkarten-EC-Karten-Tankstelle. Und es war einfach super schlecht erklärt. Aber das war die größte Beschissenheit. Also wisst ihr was am Ende? Ich musste mir dann Hilfe holen. Und ich kann nicht holländisch. Also musste ich dann noch jemanden holen, der mir das übersetzt hat. Wisst ihr, wie diese beschissene Tankstelle funktioniert hat? Man hat die EC-Karte reingelegt. Dann hat man kurz gewartet. Dann hat man die EC-Karte, also wurde ein Euro vom Konto abgebucht. Dann hat man die EC-Karte rausgenommen. Musste eben warten, bis die Transaktion erfolgreich war. Dann musste man die Kreditkarte oder die EC-Karte in einen anderen Laser reintun. Dann konnte man tanken aus dem anderen Laser, die rausnehmen, wieder in den anderen Laser reintun. Und dann wurde es... Alter, was ist das für ein Schwachsinn? Leute, macht einfache Dinge. Diese Technik hier ist alles andere als einfach. Ich verstehe nicht, wie die Technik funktioniert. Und ehrlich gesagt, ob sie überhaupt funktioniert. Diese Einsendung mag ja vielleicht toll sein. Und bestimmt werden wir noch einige tolle Sachen in dieser Einsendung sehen. Aber ganz ehrlich, da kriege ich echt... Bin ich schon ein bisschen enttäuscht, wenn ich so sehe, dass das nicht funktioniert. Zumale ich euch bereits auf YouTube habe vorgestellt, ein System, wie man das macht. Ich habe auf YouTube bereits ein Keykarten-Lesegerät oder ein Hotelzimmer-Dingenskirchen da. Wie heißt das? Hotelzimmer-Schlüssel-Verwaltungssystem gezeigt. Wenn ihr jetzt so faul seid, danach zu suchen, ist es euer Problem, Leute. Viele von euch fragen immer, Josef, hast du eigentlich schon dieses Video gemacht? Hast du schon so toll dazu gemacht? Und ganz ehrlich, ihr stellt diese Frage, hast du schon ein Video zu XY gemacht? Das sind ja fast schon über neun Worte, ja? Ihr würdet euch sieben Worte sparen, wenn ihr einfach XY und... Na gut, sechs Worte sparen. Wenn ihr XY und The Joe Craft einfach auf YouTube eingibt und guckt, ob es bereits schon auf YouTube so ein Video gibt. Leute, einfach das in die YouTube-Suche reinhauen, gucken, ob ein Video von mir kommt. Und wenn dann kein Video kommt, ja, dann könnt ihr fragen. Aber ganz ehrlich, ihr seid echt... Ich verstehe es nicht. So, Briefkasten unter der Tür, den testen wir aus. Kick-Karte hier unten einlegen. Welches Zimmer ist das? Woher weiß ich, welches Zimmer das ist? Muss ich das jetzt abzählen? Zwei, drei, vier, fünf, sechs... Oh Mann, Leute. Was soll das? Ich weiß nicht, was das für ein Zimmer ist hier, ne? Ich meine, die Idee ist nicht schlecht, dass man den Brief... Dass man das quasi vor die... Zimmer eins. Okay. Wir besichtigen mal Zimmer eins. Also, Schilder vor den Zimmern. Ganz wichtig. Diese Einsendung ist technisch gar nicht mal... Bestimmt gar nicht mal so übel, denn einige Sachen gefallen mir gut. Das finde ich zwar schon eine gute Idee. Vorausgesetzt, es funktioniert. Es funktioniert nicht. Ich nehme alles zurück. Es ist eine... Die Gestaltung der Einsendung ist sogar tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Die ist mittlerweile auch schon ein bisschen über meinem Niveau. Das ist hier mit... Ja, okay. Post. Kika. Die Funktion ist... Leider... Testet eure Sachen durch, bevor ihr sie an mich schickt. Leider... Mit... Aktuell mangelhaft zu bewerten. Denn irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Also, ich möchte mich jetzt nicht darüber aufregen, Leute. Aber wir haben viele Einsendungen. Und ihr wisst schon, was ich alles gesehen habe. Ich rege mich nicht auf, weil ich es besser könnte. Oder weil ich irgendwie überheblich sein möchte. Ich rege mich eher auf, weil ich andere Einsendungen kenne. Ich kenne Einsendungen von Leuten. Also, ein Hotel wurde mir schon sehr häufig eingesendet. Und ich selbst habe mich viel mit der Materie. Sind das die Suiten? Das sind die Suiten. Das ist... Sag mir bitte nicht, dass das die Suiten. Nein, das sind die Zimmer. Okay. Dann sind die Suiten wahrscheinlich das hier hinten. Dann müssten das hier die Suiten sein. Nein. Wo? Zum Kuckuck sind die Suiten. Das sind die Normalzimmer. Die Normalzimmer, die zwei Emeralds gekostet haben. Und jetzt kommen wir hoffentlich gleich mal zu den Suiten. Die sind wahrscheinlich oben. Ja, die sind oben. Also, wo geht es nach oben? Ähm... Ah. Ah. Okay, das ist hübsch gemacht. Das ist tatsächlich... Es ist ein bisschen doof, dass man bis nach hinten durchlaufen muss. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Irgendwie hat das was. Dieses... Also, keine Ahnung. Ich fühle hier gute Vibes an diesem Ort. Ähm... Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Das sieht so... Das erinnert sich so ein bisschen an diesen... Äh... An diese amerikanischen Motels, die da so... Ne? Die man... Wo man so draußen entlang geht und so. Das ist doch gar nicht mal so übel. Okay. Jetzt schauen wir uns die Suite an. Die wohlgemerkt auch zwei Emeralds gekostet hat. Oh. Man erkennt glücklicherweise, der Fairness halber, kein Preisinterview. Das ist witzig, dass der Villager irgendwie... Naja. Vielleicht sollte es der Nachrichtensprecher sein. Ja. Hm. Hm. Also, es gibt auf jeden Fall einiges zu entdecken hier. Und... Och, Leute. Nein. Nein. Perry, das schnabelt hier. Interpretiert von The Joke Craft. Was haben wir hier noch? Ihr müsst vorsichtig sein, Leute. Wenn ihr Sachen an mich sendet, müsst ihr immer vor Augen haben. Ich werde nicht irgendwie sagen, so, öh, ich kann das besser. Oder, öh, meine Bauten sind besser. Das tue ich nicht. Aber, was ich tue, ist zu sagen, dass ich eine andere Einsendung besser gefunden habe. Ich vergleiche eure Einsendung auch untereinander. Diese Einsendung hier gefällt mir... Also, diese Einsendung kriegt von mir positive Punkte, weil sie sehr liebevoll und schön designt ist. Da, glaube ich, liebe Leute, auch ihr in den Kommentaren, seien wir uns einig. Wir hatten schon viel, viel schlimmere Einsendungen. Und ich finde, dass diese echt gar nicht mehr so übel designt ist. Man hat sich zumindest Gedanken gemacht. Man hat hier so ein bisschen Detailarbeit gemacht. Das finde ich zum Beispiel hübsch, so, dass das Schild so angebracht ist. Das finde ich jetzt nicht so hübsch, aber das muss der machen, weil da Technik dahinter ist. Das finde ich zum Beispiel nicht so hübsch. Das ist mir viel zu eng. Guckt euch das mal an, im echten Leben. Ich berühre meinen Kopf da quasi. Das ist eine Torturist. Das ist eine Frechheit. Nein, das ist nicht. Aber so, was ist jetzt Männer, was ist Frauen? Auch da zum Beispiel fehlt hier einiges an Beschilderung. Auch das muss ich leider kritisieren. Aha, ach so, das ist so eine Unisex-Klavine. Also so eine, wo beide reingehen können. Verstehe. Okay. Das ist ein hübsches Pool-Design. Ich finde die Einarbeitung des Diamantens sehr schön. Das gefällt mir sogar so gut, dass ich hier von Screenshot mache und mir das von meiner Redstone merke. Denn das Design für den Boden eines Pools gefällt mir sehr gut. Der Diamant, Lapis Lazuli, und die beiden Farben, die harmonieren sehr gut. Das möchte ich mal gerade festgestellt haben. Also wir sehen, derjenige, der kann wohl offensichtlich designen. Was ist das hier? Okay, hier ist eine Menge Technik im Untergrund. Wahrscheinlich Lagertechnik und so. Und wir haben ja noch diesen Außenbereich. Wir gehen mal ganz kurz durch. Hier scheint noch nicht so viel gebaut zu sein. Schade, ich dachte, das kann was. Was für eine Form ist das? Blubablasen. Hm. Naja. Naja. Ja, okay. Also, wir haben hier noch eine kleine Sportanlage. Und die, und das Parkgelände. Also, alles in allem. Ähm, die Einstellung ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht gestaltet. Ich finde auch das Design des Hotels cool. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass sich der Bauer dieser Einstellung die Mühe gemacht hat, also so einen Bau zu bauen. Also wirklich, ne? Dass man sieht, das ist nicht einfach so ein schäbiges Haus dahin geklatscht, sondern das ist tatsächlich ein Haus mit Konturen vor, mit Innenhof. Ich finde solche Architektur in Minecraft immer sehr hübsch und sehr spannend. Aber deine Redstone-Fähigkeiten solltest du unbedingt nochmal ein bisschen verbessern. Ich glaube, dass viele gute Ideen da drin sind. Aber wenn nur etwas so ein bisschen gut funktioniert, ist das nicht schlecht für euch? Ich, ein bisschen, achte auf Symmetrie. Das ist es erst. Achte auf Symmetrie in dem, was du brauchst. Und achte auf Funktionalität und Praktikabilität. Also, wie praktikabel ist etwas. Ich bin ungemein Funktionsdenken. Schaut euch nur jetzt meine Redstone-World an. Da ist alles durchdacht bis ins letzte Detail. Und was mir nicht gefällt, wird ersetzt. Zum Beispiel gefällt mir nicht der Bootsfahrstuhl im Hafen. Der wird zerstört und wieder neu gebaut. Weil er mir nicht praktikabel genug ist. Weil man da rumglitscht und so. Das geht für mich nicht. Ich bin, was das angeht, leider ein Perfektionist. Hier, das Schlüsselkartensystem, das ist eine... Nein, ich will es nicht Katastrophe nennen. Aber warum sind die beiden gleich teuer? Weil du es nicht hingekriegt hast, einen Unterschied dazu zu machen. Das ist nicht schlimm. Da musst du irgendwie gucken, dass wenn du den Zimmer ausgewählt hast, dass dann zwei unterschiedliche Lesegeräte angesteuert werden. Die einmal ein Emerald oder zwei Emeralds nehmen. So einfach ist die Schose schon. So, alles machbar. Ich habe viele Tutorials schon gemacht, bei denen man das sieht und wie es funktioniert. Ansonsten auch mal ein bisschen meine Baufolgen reinkommen. Wo ich gerade ein Hotel gebaut habe im Redstone-Bunker. Aber da lehne ich euch ja manchmal auch mit und zeige euch, wie Techniken funktionieren. Sonst ist diese Einsendung gut. Vom Baustil her gefällt mir das. Also das ist eine schöne Architektur. Natürlich hier und da könnte man doch mal ein bisschen netter ins Detail gehen. Auch vom Außenbereich. Aber alles in allem sieht das ja nicht... Sieht das erstmal nicht übel aus. Mach was draus. Hier ist ein Potenzial vorhanden. Nutze dieses Potenzial. Mach was draus. Verbessere die Techniken. Und dann sind wir alle glücklich und zufrieden. Vielen Dank fürs Einsenden. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Der fixed Z у Freund auch. Da geht's gut. Bis bald. Bis bald. Musonomy clicked. Bis bald.